Jojojo was geht was geht das hier am Start und wir zocken heute mit der Nation der Bestien gecraftet auf Abstand und Explosivladung mit verpisseten Geschossen und weiter Lauf mal testen testen wie sie so abgeht und ja würde ich mal sagen up in scale play let's go so wir haben hier die Anomalie starten wir mal rein und so nimm es Let's go. One. I'm going to go fast. Nein. Oh, shit. Ah, we're clear. That's right. I can't find this nice on. That's so dumb. That's so dumb. Oh. Crazy. Not timing. Digga! Connection is on fire. Okay. 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 Shit Ob das Soda-1 ist mit Explosivladung Und auf Abstand Stirb doch mal Danke Mise Runde eigentlich Mise Runde Egal Egal keine Connection hier Egal 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 so händchen fühlt sich ganz gut an macht bock mir zu zocken vielleicht eine bessere map damit spielen können aber ist okay ob das der god die gott sind weiß ich schon nicht kann nämlich auch mit erster schuss explosiver erster schuss skill club das war's von mir haut rein euer nasi peace out